Sophia ist anders als andere Mädchen. Sie hat ein Geheimnis. Ich bin als Junge auf die Welt gekommen und ich wollte eigentlich schon immer Mädchen sein. Sophia ist ein Transgender-Kind. Geboren als Junge lebt sie jetzt als Mädchen. Ein radikaler Schritt. Nicht nur für Sophia, auch für ihre Eltern. Das Schwierigste, was ich damals hatte, war, wo sie das erste Mal ein Kleid anhatte, so ein Blaus. Da waren wir einkaufen und dass die Leute gucken. Es ging mir nicht darum, dass sie jetzt in Kleidern rumlief. Es ging mir eigentlich eher um die Blicke von den anderen Leuten. Da habe ich nur gedacht, warum lasst ihr sie nicht so sein, wie sie sein will. Sie hat panische Angst, sich wie ein Junge zu entwickeln, weil sie sich als Mädchen fühlt. Wenn Sophia jetzt die Pubertät eines Jungen erleben müsste, hätte ich im schlimmsten Falle Angst, dass sie sich was antut. Und deswegen tun wir alles, damit sie das nicht erleben muss, so wie sie das möchte. Das Geschlecht wechseln. Nicht nur eine Frage des Gefühls. Auch Sophias Körper soll sich zudem einer Frau entwickeln. Also ich bin ja noch ein ganzes Mädchen, deswegen wünsche ich mir, dass ich ein ganzes Mädchen bin. Es gibt so Zaubermedizin, wenn man die nimmt, ja. Dann wird man anders, so wie ein Mädchen. Ich glaube, Schönen wir's noch nicht. Dann kann man gleich ausprobieren, wenn man ja auch hat. Ich glaube, dass du hier doch auch nehmst. Ich vermute dich, wie ein Mädchen. Ich palabra es Ihnen, ich glaube einen Tag, weil ich mich nicht so sehr nähmste als für ein Mädchen. Und ich hoffe, dass du das Ganze gründer und wie ein Mädchen hast. Ich will den Kilo. Und ich hoffe, dass wir uns auf. Vor anderthalb Jahren treffen wir Sophia und ihre Familie zum ersten Mal. Damals ist Sophia acht Jahre alt. Und warum sie eigentlich ein Mädchen ist, das erklärt sie so. Weil ich Rücken mag, Kleider mag, Strumpfgüse mag, lange Haare mag und Nagellack mag, Schminke mag und weil ich zu vier bin. Schon mit vier Jahren ist sich Sophia ganz sicher. Ihre Haare sollen wachsen, die Jungs Klamotten will sie nicht mehr anziehen und das Zimmer soll von Mama und Papa Rosa gestrichen werden. Die Haare werden immer länger. Ich habe am Anfang gedacht, ja es ist halt so, es ist eine Phase, Kinder probieren aus und wir lassen sie einfach, weil es ist ein Kind und sie soll spielen wie jedes andere Kind auch. Und nicht der Norm entsprechen, Jungs nur mit Autos, Mädchen nur mit Puppen. Wir haben sie einfach gelassen am Anfang. Ich erkläre mir das einfach so, dass Sophia, wenn sie gespielt hat oder sich angezogen hat, sich einfach nicht wohl gefühlt hat in ihrem Körper und so halt gemerkt hat, dass es nicht richtig ist. Ich ging auf Reisen zu meiner Ur-Ur-Ur-Ur-Großmama. Sophias Mutter Frauke ist Kindergärtnerin. Sie merkt schnell, wie ernst Sophia es meint. Und auch, dass der neue Name kein Spiel ist. Ich bin auf den Namen Sophia gekommen, weil es gab im Fernsehen so eine Serie und die heißt Sophia die Erste und dann wollte ich den Namen haben. Das war so eine kleine Prinzessin mit braunen Haaren und die hat da mit Vögeln gespielt und die hatte eigentlich ein wunderschönes Leben. Und da guckt sie mich an und sagt, Frau Strahlen, ich heiße Sophia. Und ab da war das, da war das von einem auf den anderen Tag klar, sie heißt Sophia und da war auch nichts anderes. Wir hatten dann zwischendurch nochmal vielleicht angedacht, ja vielleicht doch, nein, es war einfach Sophia. Sie hat sich jetzt für diesen Namen entschieden und das wäre jetzt so. Ignorieren, abwarten oder einfach akzeptieren. Sophias Eltern sind zunächst überfordert, haben Angst, etwas falsch zu machen. Nur das Beste für das eigene Kind zu wollen, plötzlich alles andere als einfach. Aber Sophia lässt ihnen kaum eine Wahl. Umso mehr sie dann durfte und wir sie gelassen haben mit den Anziehsachen und dann mit dem Namen, umso fröhlicher wurde das Kind. Umso weniger hatten wir hier zu Hause die Aggressionen, die Kämpfe, jeden Abend ins Bett bringen. Das war eine Qual. Das war eine Qual für mich. Und am Anfang war Sophia auch noch sehr gegen mich. Also sie hat auch schon öfters gesagt, dass sie damals mich gehasst hat, weil ich sie so geboren habe. Dann habe ich Mama und Papa übergeschlagen und so. Und warum hast du das gemacht? Weiß ich selbst nicht, weil ich mich nicht so, ich mich nicht mochte selber. Dass ich so hieß, ja, ich mochte mich einfach nicht. Nur dieses eine Familienfoto im Hausflur zeigt Sophia noch als den Jungen, der sie mal war. Dieses Bild durfte bleiben. Die anderen Fotos mussten verschwinden. Sophias Entscheidung, als Mädchen zu leben, vor allem für ihren ältesten Bruder Maximilian, zunächst eine Situation, mit der er zu kämpfen hatte. Dass ich meinen Bruder hatte und jetzt eine Schwester, das war eigentlich das Schwierigste. Ich habe sie am Anfang gar nicht verstanden, weil ich wusste auch gar nicht, dass es so was gibt. Dieses Trans. Das war, wo sie vier oder so war, vier, fünf. Ja, da fing das ja an. Da habe ich das noch nicht so gut verstanden. Jetzt verstehe ich auch noch nicht alles, aber so ein paar Sachen mehr. Das ging halt auch alles sehr schnell. Der abrupte Wechsel. Sophias Mut und ihre Willensstärke überrascht alle. Am Anfang war es auch so, ich habe gedacht, wie kann ein Kind in dem Alter überhaupt schon so denken, so wissen, das ist jetzt richtig für mich und ich habe doch einen falschen Körper. Also ich meine, mit vier Jahren, wenn man zurückdenkt, wenn man selber zurückdenkt, wenn man vier war, man hat sich darüber keine Gedanken gemacht. Sofias Eltern mussten lange nach professioneller Hilfe und Unterstützung suchen. Gefunden haben sie sie an der Uniklinik Münster, bei einer Elternsprechstunde für Transgender-Kinder. Dass Sophia bereits so früh ihr biologisches Geschlecht ablehnt, für Psychotherapeutin Birgit Möller nichts Ungewöhnliches. Es geht darum, dass sie sich als Mädchen erlebt oder Sophia ja auch eindeutig sagt, ich bin ein Mädchen. Also ich möchte nicht ein Mädchen sein, sondern ich bin ein Mädchen. Es gibt eben auch in jungen Jahren Kinder, die das ganz klar für sich benennen können, weil das um ein Gefühl geht und ein ganz tiefes existenzielles Gefühl der Geschlechtszugehörigkeit, der Geschlechtsidentität und das spüren die Kinder. Hast du mal erlebt, dass manche dich vielleicht gehänselt haben in der Schule? In der Schule haben mich in der 1. und 2. Klasse welche geärgert. Ja. Was haben die gemacht? Wie haben die dich geärgert oder gehänselt? Ich hätte ja meinen alten Jungsnamen gesagt. Der Psychotherapeutin geht es vor allem darum, Sophia zu begleiten und sie nicht in eine bestimmte Rolle zu drängen. Spielerisch versucht sie herauszufinden, was Sophia bewegt, was sie ärgert und was sie bedrückt. Was wärst du für ein Tier? Ein starker Adler, der stärkste der Welt. Ja. Der schnellste und der stärkste. Und ich halte viel aus. Wäre das auch etwas, was du dir wünschen würdest? Ja. Ich glaube, das, wie ein Kind sich fühlt, ist immer richtig. Da gibt es kein richtig und falsch. Die Kinder fühlen und erleben, wer sie sind, wie sie sind. Und es ist wichtig, dem zu folgen und den Kindern zuzuhören. Ein Jahr später. Sophia ist heute fast zehn Jahre alt. Jetzt kommt das linke Auge, nicht erstrecken. Jetzt darfst du mal einmal die Augen aufmachen und in den Spiegel gucken. Fällt dir das? Ja. Super. Schminken mit Mama. Sophia darf sich ausprobieren. Ihr Zimmer ist noch immer pink. Aber ansonsten dürfen es jetzt auch andere Farben sein. Hauptsache knallig. So, und jetzt den letzten Nagel. Welche Farbe? Die? Ja. Das ist Regenbogen. Immer bunt, immer auffällig. Finde ich gut, dass du dann das selber entscheidest. Man kann so sein, wie man möchte. Man muss es so machen, wie man das schön findet. Ja, genau. Ich bin gespannt, ob der durchsichtig ist. Ich glaube nicht, dass ich Sophia in eine Rolle dränge, wenn sie sich schminken darf. Die, die Sophia kennen, wissen eigentlich, dass Sophia sich in gar nichts drängen lässt. Weil Sophia hat einen sehr, sehr eigenwilligen, dicken Kopf. Und es ist das, was sie möchte. Und ich könnte sie gar nicht drängen, weil sie das nicht zulassen würde. Es passiert nur das, was sie möchte. Und gefällt dir das oder ist es zu viel? Nein, gefällt mir. So würdest du gerne jeden Tag rumlaufen, oder wie? Ja, ich mache hier. Ja. So würdest du jeden Tag gerne rumlaufen? Ja. Ja? Das Verhältnis zwischen Sophia und ihrer Mutter. Inzwischen ist es ziemlich entspannt. Sophia einfach sein lassen und ihre Welt akzeptieren. Das kann Frauke heute. Und Sophia will am liebsten gar nicht mehr darüber reden, dass sie ein Transmädchen ist. Für sie ist alles klar. Aber so oft muss sie sich bei anderen erklären. Wenn ich eins gelernt habe, ist das, dass, umso mehr wir mit Sophia über dieses Thema reden, dann fühlt sie sich, glaube ich, einfach nicht richtig. Und ich glaube, das macht sie einfach traurig. Und seitdem ich einfach sie lasse und es akzeptiert habe, finde ich, hat es sich zwischen uns beiden auch verändert. Sophia kuschelt mehr mit mir. Sie sagt, dass sie mich lieb hat. Und ja, ich nehme sie so, wie sie ist. Und seitdem ist sie auch ruhiger geworden. Und ich finde auch ein Stück weit selbstbewusster geworden. Du kannst dich gegen mich gewinnen. Aber ich muss jetzt gewinnen, weil ich der Gute bin. Ich habe einen Doppelschwer. Dass er eine Tochter hat, ist Vater Heiko leichter gefallen als seiner Frau. Der Krankenpfleger spielt viel mit Sophia. Was gespielt wird, bestimmt sie. Fußball, Klettern oder Schwertkampf. Für Sophia genauso spannend wie Make-up und Mal. Sie ist kein klischeehaftes Mädchen. Sie ist, ich sage mal, vom Verhalten her nicht typisch Mädchen und auch nicht typisch Jung. Also sie ist einfach Sophia. Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt in Gott von dir. Wir danken dir dafür. Amen. Guten Appetit. Sophia? Ja. Noch ist Sophia ein Kind. Doch ihr Körper wird sich bald verändern. Sie wird in die Pubertät kommen. Und was ist dann, wenn sie nicht mehr ignorieren kann, dass sie noch immer im Körper eines Jungen steckt? Schon bald müssen erste Entscheidungen getroffen werden. Was muss Sophia jetzt schon alles wissen? Und wie sollen ihre Eltern sie am besten auf das vorbereiten, was auf sie zukommt? Das geht nicht, das geht nicht. Das geht nicht. Wieso geht das nicht, dass du nicht umzickst? Jeder muss mal rumzicken. Ja, das stimmt. Jeder hat schon einmal rumgezickt und gelöst. Betonung auf Mal. Ja, ich mach's nicht jeden Tag. Nein. Ich zick's ja auch nicht jeden Tag rum. Aber manchmal muss man's zicken, ne? Ja. Jeder muss mal zicken. Ja, du auch. Ich bin in Momenten verunsichert, wo es um ihren Körper geht. Wie viel kann man sagen, ohne sie großartig zu verletzen. Da bin ich doch teilweise noch verunsichert. Ich will ihr ja auch nicht wehtun. Ich will sie ja nicht verletzen oder kränken. Also im Moment in Sophias Kopf, ich kann mir das glaube ich nicht im geringsten vorstellen, was in ihrem Kopf vorgeht. Weil ihre Angst, glaube ich, viel größer ist, als sie das manchmal auch zeigt. Aber im Moment ist es einfach nur, im Moment hat sie das Thema, glaube ich, im Kopf, die Angst zu haben, wann die Pubertät beginnt. Was in der Pubertät passiert, das hat Sophia in der Schule gelernt. Dass sich ihr Körper dann anders entwickelt, als sie sich fühlt, das beschäftigt Sophia mehr und mehr. Also vom Gefühl her bin ich mal ein Mädchen, aber ich bin noch nicht. Kompletten Mädchen. Verhindern, dass sie die Pubertät eines Jungen erleben muss. Das ist jetzt das Wichtigste. Für diese Kinder bedeutet das, dass der Horror beginnt. Dass das passiert, was überhaupt nicht stimmig ist. Der Körper verändert sich und verändert sich dahin, wo man nie hin wollte und wo man sich gerade unwohl fühlt. Und das bedeutet, dass die Kinder verzweifelt werden, sie werden traurig, sie ziehen sich sozial zurück, sie kriegen Ängste. Und viele fangen an, sich selbst zu verletzen oder nicht mehr leben zu wollen. Damit das nicht passiert, kann medizinisch eingegriffen werden. Mit sogenannten Pubertätsblockern. Diese Medikamente unterdrücken die Geschlechtsentwicklung und verhindern Bartwuchs und Stimmbruch. Sie wirken wie ein Pauseknopf, geben Sophia und ihren Eltern Zeit, um noch mehr Klarheit zu gewinnen. Ich habe da eigentlich keine Wahl, weil Sophia uns zeigt, wie wichtig ihr das ist. Wenn sie die Blocker nicht bekommen würde, im schlimmsten Fall würde sie sich was antun. Weil sie einfach so ist, wie sie es jetzt lebt und sich so fühlt. Mit Medikamenten die Pubertät stoppen. Ist das wirklich der richtige Weg? Ja, sagen Sophias Eltern. Nichtstun ist für sie keine Alternative. Sie würde so sauer werden, dass ihr nicht geholfen wird und diese Wut, dass sie gefangen ist in ihrem eigenen Körper. Ich könnte jetzt mir nicht mal ausmalen, wie sie ausrasten würde. Das würde über meine Vorstellungskraft gehen. So sauer würde sie werden. Die Wut auf das, was sie äußerlich zu einem Jungen macht, die spürt Sophia bereits, als wir sie zum ersten Mal treffen. Schon vor über einem Jahr erzählt sie uns, was sie aufregt. Und das ist vor allem ihr alter Jungen-Name. Ich hatte vorhin einen anderen Namen. Der fängt mit P an, aber den möchte ich nicht sagen. Ich möchte, dass niemand den Namen sagt, weil er mich aggressiv macht. Schon damals kämpfen Sophias Eltern dafür, dass ihr Kind als Mädchen akzeptiert wird. Ihr Kind als Jungen auf die Schule zu schicken, für sie ist das keine Option. Sophia will als Mädchen zur Schule gehen. Und darf. Sophia ist geoutet, die Schule weiß es, die Eltern wissen es. Wir gehen offen mit dem Thema um, weil wir sind ihre Eltern, wir sind ihr Vorbild. Und wenn wir nicht dazu stehen würden, hätte sie ein ganz schwieriges Leben. Sophia ist das erste Transgender-Kind an dieser Grundschule. Wie selbstverständlich sitzt sie mit anderen Mädchen an einem Tisch. Doch gerade zu Beginn gab es viele Fragen. Von anderen Eltern und natürlich von den Lehrern. Super. Wer hat denn alles richtig gehabt? Ganz am Anfang wussten wir nicht, wie wir damit umgehen sollten, weil wir so ein Kind in dieser Art und Weise noch nicht da hatten. Also einen Jungen, der sich als Mädchen fühlt. Und das war natürlich neu für uns. Klar, wir hatten auch einige Fragen. Wir hatten auch Fragen an die Eltern. Wir wussten auch nicht genau, wie sollen wir damit umgehen. Sollen wir sie jetzt mit Sophia ansprechen oder mit ihrem jungen Namen? Das hat sich dann aber relativ schnell rauskristallisiert. Auch Sophias Klasse wird mit einbezogen. Mit Unterstützung der Lehrer bringt Sophia den Mut auf, sich bei ihren Mitschülern zu outen. Denen wird erklärt, dass Sophia zwar in einem Jungs-Körper stecke, aber eigentlich gern Mädchensachen mache und ein Mädchen sei. Guck mal, ich habe 31 Schuhe. Die Kinder gehen damit offener um als wir Erwachsene. Sie akzeptieren das einfach. Sie sagen, gut, Sophia empfindet so, möchte halt ein Mädchen sein und dann ist das so. Was für die meisten Kinder kein Thema ist, die Schule stellt es vor einige Probleme. Auf welche Toilette muss Sophia gehen? In welche Umkleidekabine darf sie? Ihre Schule hat entschieden, dass Sophia sich bei den Mädchen umziehen kann. Die Trainingshose zieht sie allerdings schon zu Hause an. Schwieriger wird es nur beim Schwimmen. Dort hat sie eine Einzelkabine. Das ist rechtlich auch eine schwierige Frage. Können wir jetzt ein Kind, was vom Körper her ein Junge ist, zu den Mädchen zum Umziehen schicken? Dürfen wir das? Und auf der anderen Seite, moralisch gesehen, ist es, denke ich, auch schwierig, Sophia zu sagen, du bist jetzt halt im Körper eines Jungen und du musst dich jetzt bei den Jungs umziehen, weil du ja einen jungen Körper hast. Dieses Dilemma hatten wir. Sportunterricht, Toiletten, der Name auf dem Zeugnis. Für Transgender-Kinder müssen Schulen immer wieder Ausnahmen machen. Für fast alles haben ihre Eltern irgendwie eine Lösung gefunden. Doch bei Sophias Körper ist das nicht so einfach. Denn so schnell, wie Sophia es möchte, lässt der sich nicht ändern. Es gibt Momente, da sagt sie, sie möchte den P nicht mehr haben. Also sie spricht es auch nicht komplett aus, sondern sie sagt immer nur P oder das Teil da unten. Es gibt aber auch Situationen, wo man wirklich merkt, dieses Mädchen lehnt ihren Körper ab. Und sie fühlt sich gefangen in ihrem Körper. Dass sie bestimmte körperliche Merkmale eines Jungen hat, kann Sophia nicht ignorieren. Damit sie es wenigstens ab und zu ausblenden kann, hat sie eine Augenbinde in ihrem Zimmer. Ich benutze die Augenbinde zum Duschen oder Anziehen, weil ich mich nicht sehen möchte und nur mein P. Bei Sophia ist es so, dass sie darüber nicht sprechen möchte. Dass sie aber in den Gesprächen schon sehr klar benennen kann, dass sie ihren Penis ablehnt. Dass sie den weghaben möchte, dass sie sich eine Scheide wünscht. Was ganz verständlich ist vor dem Hintergrund, dass dieses Geschlechtsteil nicht zu ihr passt in ihrem Erleben. Und deswegen fällt es ihr auch so schwer, darüber zu sprechen. Was gegengeschlechtliche Hormone sind oder eine geschlechtsangleichende Operation, das weiß Sophia mit 8 Jahren noch nicht. Aber was für ein Körper sie will, das beschreibt sie in ihren ganz eigenen Worten. Also ich bin ja noch nicht ganz ein Mädchen, deswegen wünsche ich mir, dass ich ein ganzes Mädchen bin. Dass ich keinen Bart kriege, dass ich nicht so eine Stimme kriege wie ein Mann und unten mein P weg. Es gibt so eine Zaubermedizin, wenn man die nimmt, ja, dann wird man anders, so wie ein Mädchen. Wir schaffen das. Tschaka. Jetzt, mehr als ein Jahr später, hat Sophia den vielleicht wichtigsten Termin in ihrem jungen Leben. Gemeinsam mit Papa Heiko besucht sie eine Hormonspezialistin in Münster. Was dort heute passiert, davon hat Sophia eine ungefähre Vorstellung. Die gucken, wann die Pubertät ist, die nehmen Blut ab, ja. Und was machen die da? Also, dass die Pubertät noch länger dauert, bis ich da reinkomme. Wie weit ist Sophia in ihrer körperlichen Entwicklung? Muss jetzt mit Medikamenten eingegriffen werden, damit sie nicht die Pubertät eines Jungen erleben muss? Darum geht es heute. So, jetzt darfst du dich auch noch mal eintragen. Ja. Dein Geburtstag. Ich weiß es nicht. Und wie alt wirst du? Dann können wir zurückrechnen. Zehn. Na also, wir haben 18, also 2008. Achso. Annette Richter-Unruh ist Hormonspezialistin. Sie behandelt zurzeit 400 Transgender-Kinder. Okay, Sophia, weshalb seid ihr denn heute hier? Tut dir was weh? Muss ich irgendwas angucken? Soll ich den Mund gucken? Hast du Halsschmerzen? Soll ich dir mal erzählen, warum ich denke, dass du hier bist? Du hast festgestellt, dass du ein Mädchen bist. Und das bist du auch. Aber du hast festgestellt, dass dein Körper an einigen Stellen nicht dazu passt. Stimmt's? Wir wissen gar nicht, woher das kommt. Aber das sind viele Kinder und Jugendliche, die sind einfach in dem Körper nicht geboren, wie sie sich eigentlich fühlen. Und das muss man ändern. Und deshalb bist du, glaube ich, auch hier. Kinder sind kleine Menschen, die schon sehr genau wissen, was sie wollen. Und natürlich sind die Eltern da, um es zu lenken, sie zu erziehen, die Werte weiterzugeben. Und dennoch sind es eigene Persönlichkeiten. Und auch mit zehn Jahren kann man schon vieles selber entscheiden. Und sie muss es auch selbst entscheiden. Ob sich Sophia wirklich sicher ist? Wie möchtest du dich denn entwickeln? Wie der Papa mit Bartwuchs? Mhm. Wie die Mama mit einer Brustentwicklung? Mhm. Jetzt verrate ich dir, was das erste Zeichen ist, was du merken kannst, dass du dich zum Mann entwickelst. Also zum Erwachsenen. Das ist, wenn das Gehirn Botenstoffe produziert. Und das muss man leider klar sagen, du hast ja noch einen Penis, auch wenn er da nicht hingehört, dann wird der wachsen. Und in dem Moment, wo der wächst, unterbrechen wir alles. Das ist total kompliziert, oder? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du da schon alles verstehen kannst. Sophia ist jetzt zehn Jahre. Wenn die jetzt mit der Pubertät startet, würde ja normalerweise sich das Genitale entwickeln. Sie würde mehr wachsen, sie würde mehr Behaarung bekommen, irgendwann auch ein Stimmbruch. Und das wollen wir ja verhindern. Deshalb sind die Pubertätsblocker hier extrem wichtig. Ganz toll. Guck mal, dann strecke ich dich noch mal. Die Pubertätsblocker sind ein Anfang. Wenn Eltern und Psychotherapeuten zustimmen, darf Sophia in zwei Jahren weibliche Hormone nehmen. Mit frühestens 18 darf sie sich für eine geschlechtsangleichende Operation entscheiden. Doch noch hat Sophia Zeit. Nach der Untersuchung steht fest, die Behandlung mit Pubertätsblockern muss frühestens in sechs Monaten beginnen. Ich weiß nicht, wie viel Angst du hast, Sophia. Viel. Das glaube ich, ne. Aber ich kann dich total beruhigen. Im Moment ist alles paletti. Die Behandlung von Transgender-Kindern. Für Ärzte auch ein Dilemma. Denn wie früh darf man ein Kind mit Hormonen behandeln? Wie früh das Geschlecht eines Menschen ändern? So früh wie möglich, um Sophia ein Leben in einem Frauenkörper zu ermöglichen? Oder ein Eingreifen hinaus zögern und riskieren, dass Sophia die Pubertät als Qual erlebt? Ich persönlich halte nichts davon, dass jeder seine eigene Pubertät durchleben muss, um dann festzustellen, dass es die falsche war. Ich glaube, wenn dieser Mensch wirklich glücklich werden soll und in sich ruhen, dann muss man das wirklich mitmachen und dagegen geschlechtliche Hormone behandeln. Und die Identität diesem Menschen auch geben, die er wünscht. Was ist das Wichtigste, was du heute mitnimmst? Alles. Alles? Und was war das Wichtigste? Was ist die wichtigste Nachricht? Hast du da eine Ahnung? Dann sage ich dir, das Wichtigste ist, dass du ein ganz hübsches, tolles Mädchen bist, dass du super viel schaffst. Und ich kann dir sagen, du musst keine Angst haben, dass jetzt irgendeine körperliche Entwicklung kommt, die du nicht willst. Sophia ist sich sicher, dass sie diesen Weg gehen will. Dabei kann sie auf ihre Eltern und auch ihre Brüder zählen. Also sie ist halt so, wie sie ist und das lässt sich halt nicht ändern. Die möchte es halt von sich aus. Und dann muss ich das auch akzeptieren. Sie ist meine Schwester jetzt und ich habe sie so lieb, wie sie ist. Sofias Glück. Für ihre Eltern das Wichtigste. Bei jeder Entscheidung, die noch auf sie zukommt. Sophia hat den Weg entschieden und ich habe keine Wahl. Entweder folge ich meinem Kind, weil ich es liebe, oder ich setze ihm Steine im Weg und lasse mein Kind nicht so leben, wie es will. Und muss dann dafür die Konsequenzen tragen. Also die Entwicklung zeigt mir eigentlich, dass ich mich bestätigt fühle. Sophia hat ganz klar ziemlich früh gezeigt, dass es kein Spiel ist. Dass sie das ernst meint. Deswegen haben wir sie ja auch ernst genommen. Das ist ein Spiel ist ein Spiel ist ein Spiel.